Hallo Herr Seekräuter, willkommen zur nächsten Ausgabe von einer Schiffsvorschau, wenn man dazu sagen möchte. Wir haben hier die Yukikaze für euch in den Hafen geschoben und wollen uns einfach mal so ein bisschen Gedanken machen und das so ein bisschen einordnen. Was ist die Yukikaze? Wo gehört die hin? Was könnte die machen? Könnte die Spaß machen oder eher nicht? Das möchte ich hier mit euch ganz kurz mal so ein bisschen analysieren in einem ganz kurzen Video. Ja, also fangen wir direkt erstmal mit dem Optischen an, würde ich mal sagen. Das hier sieht ja aus wie so ein japanischer Zerstörer, wen überrascht? Ja, sieht am Ende aus, ihr habt es schon längst erkannt, wie eine Kagero. Es ist das nächste Schiff, was auf dem Kagero-Rumpf basiert, nach der Kagero selbst und der Asha Shio, die bereits längere Zeit im Spiel verfügbar ist, gibt es wohl jetzt die Yukikaze dann irgendwann demnächst im Spiel und ja, es wird hart daran gearbeitet. Und da liegt so ein paar Veränderungen und ihr seht schon, eigentlich sind die Werte nicht so groß anders. Wir haben den gleichen Rumpf komplett, da ist, jeder Trefferpunkt ist identisch. Wir haben die gleichen Hauptgeschütze mit einem guten Durchschlag, mit einer guten Durchschlagskraft, aber doch wieder langsame Nachladezeit und so weiter. Die Werte sind komplett identisch mit der Kagero. Und dann kommen wir zu der eigentlichen Besonderheit, denn das ist das Einzige, was bei dem Schiff so wirklich besonders ist. Ob nur positiv oder negativ, müsst ihr selber beurteilen. Ich kann euch nur ansatzweise dabei helfen, indem ich halt sage, ja, es sind zwei Werfer, A4 Rohre, aber, und jetzt kommt's, ihr seid ein T8 Schiff. Das heißt, ihr kommt auch in T10-Gefechte, aber ihr kommt nur acht Kilometer weit mit den Aalen und das versetzt dieses Schiff in eigentlich ein ziemlich herausforderndes Ding. Also, ihr braucht extrem viel Glück und da könnt ihr selber nicht so viel dazu beitragen, außer immer die Augen offen halten, ob ein Radarschiff in der Nähe ist oder nicht. Ja, denn acht Kilometer weit kommt jedes Radar, ob von den Amerikanern oder von den Sowjets sowieso. Und ihr habt halt ein riesengroßes Problem, gerade bei der aktuellen Präsenz von Flugabwehrkreuzern, die sowieso in der Regel auch Radar dabei haben. Also, ich sag mal, Booster, Des Moines, Baltimore, Cleveland und so weiter und so weiter. Die sind ja in jedem Spiel dabei auf der Tierstufe und dann habt ihr nur einen Zerstörer, der acht Kilometer etorpt. Ho, das klingt nach Nervenkitzel und kalten oder heißem Sushi, wie auch immer. Großer Vorteil von dem Schiff ist eben die Torpedogeschwindigkeit. 76 Knoten schnell ist das Teil oder sind die Teile, die das Ding ausspuckt. Das ist natürlich, ja, echt zügig. Ihr könnt auch verdeckt torpen, denn eure Sichtbarkeit ist runter skillbar bis 5,4 Kilometer, also typisch Kagero. Und das ist natürlich wieder das Geile da dran. Aber ihr müsst eben da gucken, dass ihr so Schiffe rauslockt, die dann eben kein Radar haben, um euch anzugreifen. Und das nächste Problem ist, ihr habt dazu noch eine total beschissene Flugabwehr, zumindest Stand heute. Äh, denn, äh, die hat hier zwölf Punkte und das war's. Und, äh, ja, das ist nichts. Die schießt 1,9 Kilometer weit, macht einen lächerlichen Schaden von 157. Boah, ey, ganz ehrlich, die können's auch abbauen und dafür lieber noch einen Torpedowerfer raufbauen oder so. Ähm, ja, keine Ahnung. Äh, ist nix für mich, sei ganz ehrlich. Ist irgendwo anzusiedeln zwischen Kagero und Asashio. Kagero kommt 10 Kilometer weit, Asashio sogar weiter noch. Ich glaube, wenn ich mich recht entsinne, sogar 20. Das habe ich sogar runter geskillt. Äh, Asashio hat eben den Nachteil, dass sie nur Schlachtschiffe und Flugzeugträger torpen kann. Die Kagero kann wieder alles torpen, ist aber ein Forschungsschiff. Und das Teil hier könnte eben, wer weiß, welche Aktionen im Spiel bekommen. Es wird eine Kooperation mit der Azur Lane geben. Dafür wird dieses Schiff hier eine spezielle Lackierung oder eine spezielle Version erhalten. Ob das nur für die Azur Lane entwickelt wird? Und in der Standardversion gar nicht zu haben ist. Oder ob es in beiden Versionen verfügbar sein wird, wissen wir nicht. Äh, was wir aber wissen ist, die Verbesserungen, die ihr in dem Schiff einbauen könnt, sind die gleichen wie in der Kagero. Bei den Verbrauchsmaterialien gibt es wieder Unterschiede. Denn die Kagero hat einen Torpedonachladebeschleuniger und der Dampfer hier hat keinen. Und das nächste ist, da können wir jetzt ja fast schon froh sein, das Ding hat jetzt während des Super-Tests erstmal gleich schon mal einen Buff bekommen. Nämlich Motorboost. Der war bis vor kurzem hier gar nicht möglich. Es gab dieses Verbrauchsmaterial einfach nicht. Und jetzt ist Motorboost dazugekommen. Ähm, das heißt, ihr habt drei Möglichkeiten. Schadensbegrenzungsteam, Nebelwerfer und, ähm, ja, eben den Motorboost. Und dann fragt man sich, was zeichnet diese Schiff denn jetzt eigentlich aus? Wollen wir das nochmal kurz zusammenfassen? Ihr habt für den einzelnen Schaden recht gute Granaten in euren Hauptgeschützen drin, die sehr langsam drehen und sehr langsam schießen. Ja, also ein Gun-DD ist das jetzt auch nicht wirklich. Ähm, dann habt ihr wirklich ein ziemlich cooles Concealment. Also ihr seid sehr, sehr schwer zu entdecken. Wenn ihr nicht in der Radar-Range von anderen kreuzern müsstet oder ständig Flugzeugträger im Spiel mit dabei, wenn die euch aufklären würden. Denn ihr, eins könnt ihr sicher sein, japanische DDs kläre ich als Flugzeugträger immer super gerne auf. Äh, wenn es nicht eine Kita-Kase, eine Akisuki oder eine, ähm, Harugumo ist. Das ist halt, glaube ich, der T10-Dampfer. Äh, die haben eine relativ starke Flugabwehr, aber alle anderen, äh, eher nicht so. Die greife ich ganz gerne an. Also, das wird die Yuki-Kase dann definitiv auch sein, wenn es so bleibt. Was dann noch als Besonderheit sagen, was man dann als Besonderheit noch sagen kann, ihr habt hier 400, äh, äh, Trefferpunkte mehr an Schaden, die ihr mit einem Torpedo macht. Äh, büßt ihr so ein bisschen ein mit der Erkennbarkeit zur See. 1,9 Kilometer ist 200 Meter weiter. Und, ja, die Ladezeit ist kürzer als bei der, äh, Kagero. Das ist vielleicht noch das, was man sagen kann. Torpedos sind unheimlich schnell, da machen die 200 Meter dann auch nichts aus. Aber, ähm, ja. Das ist eigentlich alles, was man dazu sagen kann, ne. Ich bin gespannt, wie ist eure Meinung zu dem Dampf war. Interessant, nicht interessant. Für mich erstmal, ich bin, ich werde den, ich werde skeptisch weiterverfolgen. Mal gucken, was sich hier noch tut. Werte hier natürlich erfahren, wenn es denn Informationen gibt. Immer auf unserer Facebook-Seite, auf Deutsch, übersetzt natürlich. Und dann halt auch in der Flaschenpost, äh, werden wir euch mal ab und zu über die Informationen, also, wir werden euch in der Flaschenpost natürlich regelmäßig informieren. Aber es wird ja nicht jeden Tag neue Informationen zu Yuki-Kase geben. So war das gemeint. Und, ähm, ja. Ich bin gespannt auf eure Meinung zu dem Dampfer. Ähm, und dann sagen wir, sage ich einfach mal, tschüss, bis zum nächsten Video hier auf dem Kanal. Haut rein, euer Andi. Ciao, ciao. Ciao, ciao. 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 Untertitelung des ZDF, 2020